Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Ein neuer neuer Speed slash Challenge Run. Diesmal mit dem Weix Speer wird eine ganz wilde Sache. Was ich auch direkt sagen kann, diese Challenge wird nicht darin bestehen, keine Karten einzusammeln. Also das mache ich nicht nochmal, keine Karten. Das wäre nämlich hier und da echt, echt nervig. Ohne Karte. Genau und die Challenge hier wird sein, ey wie groß dieses Gebiet ist, unglaublich. Die Challenge wird sein, oder der Plan ist, der Plan ist folgender. Flegel habe ich schon geholt. Zu EG bin ich gerade auf dem Weg. Danach den Drachen besiegen. Dann, halte ich fest, Weix Speer holen, rechts neben dem Aufzug. Und dann mit Weix Speer das ganze Game durchspielen. Mit einem wahnsinnigen Speer. Verwerf. 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 Lohnt es sich da jetzt noch? Ne, 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 ich gehe erstmal zurück. Lohnt es sich nicht, da jetzt weiter zu gehen, glaube ich. Okay, dann hole ich jetzt 5 und 6. Und dann mache ich direkt den Farum Azula Skip. Ich muss ja noch nicht kämpfen, bis Farum Azula. Da kann ich ja... Da hast du schon recht. Farum Azula kann ich auch immer noch Runen einsammeln. Die Waffe brauche ich ja wirklich erst, wenn ich anfange zu kämpfen. Ja, das Problem ist, das eisige Beil wurde doch so krass genervt, oder nicht? Das ist der Grund, wieso ich das eben nicht benutze. First Try. First Try, Farum Azula Skip. Von Port. Würde ich fühlen. Habe ich überhaupt... Ich habe noch gar nicht den Tunnel ausgewählt, ne? Habe ich den Tunnel schon? Nö, habe ich noch nicht. Gut, ne? Aber das mit dem Sound, das bringt mir nichts. Höh! Boom, 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 boom. Unter 10 Tries. Unter 10 Tries. Chillige Sache. So. Sterbe ich jetzt bis zum Bonfire? Sterbe ich jetzt bis zum Bonfire? Ey, hör auf. Hör auf. Wages dich. Ich wäre so sauer. Ich bin hier im Speedrun. Ich glaube, ich würde... Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert, oder? Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Das... Alter... Vater! Nobunaga hat an mich geglaubt und dann direkt hat es geklappt. Ich sehe es schon kommen, dass du gleich Halt Stopp machst und ich stehen bleiben muss und sterbe. Und den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Digga, aber jetzt hier ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig hier entlang. Ah, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Vorm Speedrun würdest du das ausschalten? Ja, ich glaube... Das... ist eine sehr gute Idee. Kann nichts mehr schief gehen. Endlich, ja. Ich kreische innerlich. Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, alles gut. Deswegen hast du es ja so früh gemacht. Aber stell dir mal vor, du hättest wieder übel Delay gehabt und dann wäre ich tot gewesen. Mann, wäre ich sauer gewesen. Oder? Ne, ist richtig. Hier ist es. Hier ist es. Erinnere mich. So, jetzt hole ich mir nochmal 1 bis 4 bei Ichi. Das war ein bisschen teuer, aber ist halt so. Die haben dies übel langsam gemacht. Die haben dies übel langsam gemacht. Das ging früher bam, 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 bam. Konntest du das einsetzen? Und das hat auch viel mehr Eifrost gemacht. Irgendwie. Ich hab das auf plus 4. Der muss... Der muss sterben. Ich muss den so wegmachen. Was war das denn? Hä, wo ist das Eis? Ich hab das. Hä, wo ist das Eis fucking normal? Der hat nicht einmal Frost abbekommen. Was haben die mit diesem Ball gemacht? Macht das keinen Froschschaden mehr? Das ist plus 4, ich mache keinen Schaden. Wow, auf die Bretter! Jetzt habe ich keine Seelen, um den zu leveln, weißt du? Ey, Bilia, du hast gerade echt was verpasst. Ich war so sauer. Erst der Wrong Warp, den ich geschafft habe, um wo ich dann runterfalle. Und jetzt gerade dieser scheiß Walk, der hat mir echt Nerven gekostet. So, was kannst du jetzt? Oh! 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 BAM! Ja, ich habe mich aus Versehen selber wahnsinnig gemacht. Egal. Obwohl, ich versuche den einmal so ohne. Ohne Aschen. Ich mag die Weapon Art von dem. Macht übel Bock. Oh! So, wann macht der denn sowas? Ich habe ihn auch besiegt. Zählt das? Quallenschild für Damage-Baffee? Ja, habe ich auch schon überlegt. Quallenschild braucht aber, glaube ich, zu viel Stärke, um das zu tragen. Ach, komm schon. Nein, komm schon! Komm schon! Ach, wollt ihr wetten? Wollt ihr eine Wette? Auch wenn... Wie, die Waffe ist Müll? Wieso ist die Waffe jetzt Müll? Also Skopel und ich haben uns das perfekt ausgedacht mit der Waffe. Wieso ist die jetzt Müll? Ein paar Sekunden habt ihr noch? Besser als mit der Zwillingslinge wird es mal. Ja, normal. Ja, also Zwillings... Also die Doppelklinge, die war echt richtig scheiße. Der Bosskampf gerade. Ja, aber du darfst nicht vergessen, hier habe ich ganz viel Hilfe, ne? Wenn ich Hilfe habe, bin ich immer sehr gut. Weil ich das sage. Alex! Danke für den Gifted Sub an... Belia! Belia, ganz viel Spaß mit den Emotes. Und Alex, danke für den Sub. Schon ein Vierter. Okay, die Abstimmung ist vorbei. Rein da. Kann ich irgendeine Taktik machen oder so? Irgendwas? Na, ich kann einfach nur die Leute rufen und versuchen, drauf zu ballern, ne? Oh, Alex hat auch auf Ja getippt. Okay, rein da. Skoppeln ohne Schummeln. Wasen Sie? Okay. Also in die Zeit. Wasen Sie? Wie lange wollen Sie? Wasen Sie? Wim vesantisch? Wasen Sie? Wasen Sie? Wasen Sie? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 First Tray Untertitelung des ZDF, 2020 First Tray Man fehlt mir grad Blutung Und die Mimik Oh Habt ihr Soldaten jetzt auch plus 2 Ups Nee Ich will Ja also der Speedrun hier ist damit tot würde ich fast sagen Wir haben so viel ausprobiert Ich glaub mit der Valks Waffe wird das dann nix Nee da seh ich also da seh ich mich nicht also da kann ich die Mimik auch auf plus 10 haben Da fehlen etliche Level dass ich das schaffe ن so viel ausprobiert